Hey, Leute! Hey, Mia! Du kommst genau richtig! Vödel testet seine neue Erfindung. Ich hab die Wasserkuppel Reh angepasst. Jetzt kann sie meine klebrige Limonade versprühen, um die kleine Chiara vor diesen hüpfenden Widerling zu schützen. Drei, zwei, eins und los geht's! Moment, was? Das klingt aber nicht sehr gut. Oh, nein! Kruzelschluss, der Kleber steckt fest! Chiara, geh' mir zurück! Was für ein Schlamassel! Oh, ist das bleiblich! Vödel? Ich weiß genau, was falsch lief. Naja, fast. Und nächstes Mal werde ich... Nächstes Mal? Vödel, unser Krater kann kein nächstes Mal verkraften. Sieh dir den Schlamassel an! Kaum hab ich die Verantwortung, da lasse ich es zu, dass du hier alles verklebst. Okay, verstehe. Aber wenn ich meinen Klebonade-Prozessor wieder zusammengebastelt habe... Vödel, nie wieder Prozessoren, nie wieder Erfindungen. Was? Keine Erfindungen? Komm schon, Mo, es war nur ne Fehlfunktion. Ich weiß. Aber als König kann ich Fehlfunktionen nicht hinnehmen. Ich bin für die Sicherheit eines jeden hier verantwortlich. Oder nicht? Es tut mir leid, Vödel. Mo hat recht. Ich bin für alle hier eine Gefahr. Naja, da du es schon erwähnst... Was Mo sagen will, ist... Nein, nein. Es ist besser, wenn ich mich und meine Erfindungen irgendwo hinbringe, wo ich niemanden gefährden kann. Ich werde... Könnt ihr mir jemand helfen? Bitte. Du musst ihn verstehen. Er ist der König. Du hast seine Worte gehört. Ich bin einer Gefahr. Das neue Orakel. Fast hätte ich's vergessen. Es lautet... Betrogen durch die süßesten Worte der Welt, sei es der Kleber, der wahre Freundschaft erhält. Und was hat das damit zu tun, dass wir auf der Suche nach einem Herzkristall sind? Du hast recht. Es ergibt keinen Sinn. Betrogen? Worte? Freundschaft? Keine Ahnung. Der Kleber ist in den Düsen getrocknet. Ich fürchte, die Wasserkuppel ist kaputt. Kaputt? Ja, verstopft. Und wir sind nicht in der Lage, sie zu reparieren. Ohne Faddle, meine ich. Das heißt also, die Düsen gehen kaputt, wenn Faddle da ist. Und wenn er nicht da ist, können wir sie nicht reparieren. Ich hab das Gefühl, mein Kopf explodiert gleich. Okay, wo ist er?